The following is an extreme horror game wieso haben die alle so super schnelle inspired by silent hills das studio along with third eye animation play help credits quit und damit herzlich willkommen zu silent nights einem horrorspiel was mir empfohlen wurde von showerland der ein oder andere kennt ihn vielleicht auch ein sehr tüchtiger horror game spieler auf youtube und options konnte ich schon vorher einstellen ich check mal kurz das setting sieht gut aus und ich würde sagen wir drücken direkt auf play to skip ist wahrscheinlich schon outdated jetzt play ich weiß nicht was mich einmal instructions move and key w a s d maus crolle zoom interaction passiert automatik tipps listen to the radio dying ones can change your luck don't let the ghost try to possess you what the fuck do as the ghost instructs you have to react fast to stay along with the gameplay recommended play the game wearing a headset check play the game with high volume check play the game with caution oh oh switch off the lights check if you already played this games don't spoil the fun for others okay das spiel heißt silent nights ist auch kostenlos nochmal dazu erwähnen kann auf game jolt runtergeladen link findet ihr unten in der video beschreibung so ich guck noch mal move and w s d zoom interaction automatik listen to the radio dying ones can change your luck also einmal sterben und dass das glück kann sich verändern verstehe ich noch nicht don't let the ghost try to possess you sollte man nie also der geist sollte uns nicht besetzt besetzen besessen machen besitz von uns ergreifen so wir sollen das tun was der geist von uns verlangt und wir müssen schnell reagieren und mit wir meine ich in dem fall ich beziehungsweise das spiel meint mich und ob ich das kann weiß ich nicht klick if you are ready oh gott the gaps the gaps the only me is me are you sure the only you is you okay here we go Okay, es erinnert mich wirklich auch an P.T. gerade, weil auch dort startet man in so einem Raum. Und ich gucke natürlich wieder mal... Ach, guck mal. Do not look at the demon... Was? Get out of the house. Okay. Do not look at the demon for too long. You need to react fast when you see the paranormal activities to stay safe. Focus on what the radio says to get clues on what may happen. P.T. 2.0, ja. Do as the demon says, don't turn away. Ne, es gibt noch ein Punity. Das ist auch ein Remake. Sometimes you will need to solve puzzles for certain actions to happen. Okay, ich kann die Maus nicht langsamer machen. Wir müssen schnell reagieren. Das machen, was das Radio sagt. Do as the demon says, don't turn away. Okay. Kann ich irgendwie... Ich kann nicht kriechen. Wir watscheln voran. Das Radio ist weiter hinten. Okay. 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 Ist das eine Katze? Oder ist das das Ding? Das ist das Ding, ne? Ach, das bin ich. Ich kann zoomen, aber ich kann den Schlüssel nicht, ähm... Boah. Das klingt wie eine Katze, oder? Okay, hier war alles zu. Das erinnert wirklich an P.T. Die Maus ist sehr schnell hier. Bäh. So ein Kakerlaken da drin. Oh Gott, ich weiß jetzt schon, dass ich es nicht schaffe, aus diesem Haus zu entfliehen. Das Radio sagt nix. Oh Gott. Das ist alles zu entstanden. Dennis C. Die Tür da hinten ist jetzt auf. Sind das nicht auch die PT-Sounds? Oh, wir sollen ihn angucken, oder? Äh. Bäh. Oh. Den Dämon sollen wir angucken. Und den Geist verstehe ich auch nicht gerade. Aber einmal sterben verändert das Glück dieses Jahr, ne? Hm. Wir schauen nochmal. So. Ich nehm mal an, es geht wieder von vorne los jetzt. Warte mal, was? Was stand da? Achso. Do not look at the demon for too long. Miese Falle. Was für eine... Ihre Zwilling-Schwester tötet dich, während die andere dich ablenkt, ja. Do not look at the demon for too long. You need to react fast when you see paranormal activities to stay safe. Focus on what the radio says to get clues what may happen. Do as the demon says don't turn away. Da dachte ich, man muss den angucken. Wir probieren es gleich mal mit dem, ähm, weggucken. So. Irgendwie ist die Grafik ein bisschen komisch, oder? So, hier war ja jetzt, dass die Tür hier links, dass da jemand gegen schlug. So. Gehst du mal auf. Geh doch mal auf jetzt. Panisch mit der Maus schütteln. Passiert nix. Ich kann... Jetzt müsste doch mal die Tür bald aufgehen. Hä? Dann... Nu... einen... Wantisch? Ohh blocks? Oh. Bei manchen spielen wir dadurch eine schlechte Sache oder Aktion aktiviert. Echt? Wie bei One Late Night. Okay. So, und jetzt müssten wir wieder den Dämon haben. Da ist er doch, oder? Okay, ich verstehe es immer noch nicht so ganz. Ja. Darauf zugehen? Ähm, bei Obscuritas. Ähm. Bei Pineview Drive reagiert das Spiel darauf, wie du dich erschreckst. Beziehungsweise auf Veränderungen im Verhalten. Bei Obscuritas werden nur deine Ängste gemessen. Damit du später im Level damit konfrontiert wirst. Konfrontiert. Konfrontiert. So, der nächste Durchlauf hier. Also zurück können wir nicht. Das war klar. Äh, das ist jetzt klar. So. Jetzt müsste ich nur wissen, wie man diese Türe da triggert. Dieses Zoomen. Don't look at the demon too long. Wieso ist denn da jetzt noch ein Geist und ein Dämon? Oh, das ist jetzt noch ein Geist und 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 ein Geist. Okay, jetzt geht dann die Tür auf. Muss man nur weit genug zurück oder die hier aus dem Sichtfeld haben? Okay, das haben wir ja schon raus. Das Radio. Das war am Anfang an, ne? Ja, jetzt weiß ich nicht. So, und jetzt kommt er wieder. Ich gehe jetzt auf ihn zu. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Wow, 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 wow. Wow. Oh, das Baby ist auch da. Alter. Was ist mit diesem Schlüssel da? Boah. Hallo? Die Tür macht einen Krach, ey. Oh, ich sehe gerade, wenn ich mich nach rechts drehe, dann kommt der Mauszeiger rein. Das tut mir natürlich leid für die Aufnahme. Das ist mal eine Taschenlampe. Entschuldigung, wenn der Aufnahme der Mauszeiger ist, aber da kann ich nichts für. So, ähm. Ih, das ist ja fast. Das war's. Ich war hier. Du hast mich und mein Kind. Du musst es bezahlen. Nicht alive, aber tot. Alter. Die Sounds, ne? Die sind auch identisch. Die Sounds, ne? Die Sounds, ne? Die Sounds, ne?